Und dann Was geschieht hier? Was geschieht hier? Was geschieht denn bei dir? Das Spiel ist softlocked oder so Oh nein Ich kann mich nicht bewegen Wo du jetzt von der anderen Seite gekommen bist? Nein, ich habe diese Verfolgung auf dem... also der fährt mit dem Torrad weg, ich verfolge den, fahre ihn um, er liegt irgendwie auf dem Boden, ich fahre wieder zu ihm hin, mein Typ springt auf einmal aus dem Auto raus und jetzt steht er so auf der Kreuzung einfach nur und ich kann nichts machen. Ach so, ihr kennt ja nur, ob da sowas passiert. Ich kann noch so ein Menü öffnen und ein Checkpoint kann ich laden. Oh, zum Glück habe ich Shadowplay laufen.